So, genauso wie auch schon im englischen Take habe ich mir vorgenommen, das in nur einem einzigen Versuch abzudrehen, denn auch wenn es eventuell ein bisschen chaotisch wird oder irgendwas, was auch immer, dann ist das so gewollt, dann ist das so in Ordnung, denn ich kann es sowieso schwer in Worte fassen, was ich von diesem Kopfhörer halte, deswegen war der englische Test auch 23 Minuten lang und ich bin in ihm so ziemlich alles eingegangen, was ich konnte, denn es gibt so viel darüber zu sagen, es gibt einfach so viele Emotionen meinerseits, die hier mit verbunden sind und deswegen ist es egal, wenn es ein bisschen wackeliger wird und ich nehme mir auch die Zeit, auch wenn ich ein bisschen vielleicht den Faden verliere, aber ich möchte euch wissen lassen, was ich davon halte und es ist gerade ein Produkt wie dieses oder nicht ein Produkt wie dieses, sondern dieses, die Odyssey LCD 2 Classic, bei denen ich sowas von unglaublich dankbar bin, dass ich als kleiner YouTuber, der ja sonst bei seinem Kopfhörertest nicht viele Views bekommt, die Chance hat, etwas wie das, genau das, nicht so etwas wie das testen zu können, denn auch wenn ich einen ganz kleinen Dip, einen ganz kleinen Abfall in meinem anderweitig extremst hochpositiven Erlebnis hatte, muss ich sagen, das ist ein Wahnsinns-Kopfhörer und ich bin einfach so froh, dass ich die Chance hatte, diesen zu testen und tja, ich muss mich auf eine Art schon ironisch bedanken, danke Odyssey, danke eben an, ich hoffe, ich sage jetzt mal, ich sage den richtigen Händler Higoto für das Test-Sample, denn ich glaube, am Ende wird es in einem Kauf meinerseits enden, denn ja, bevor wir zu dem ganzen Rest kommen, würde ich sagen, kommen wir jetzt kurz zum Lieferanfang. Und viel ist da nicht zu sagen, natürlich die Kopfhörer und auch den Kabel, mehr gab es, glaube ich, und mehr ist auch absolut nicht nötig, das ist alles, was ihr braucht. Wie ihr schon sehen könnt, vierpoliger XLR-Anschluss, einfach nur rein, passt, muss ich nicht wirklich viel was zu sagen. Zwei Meter lang, meiner Meinung nach die ideale Länge, nicht zu lang, nicht zu kurz für den Heimgebrauch, von der Qualität gefällt es mir. Es ist jetzt nicht super flexibel, aber es verwindet sich auch nie, verknotet sich nie, gefällt mir sehr gut, also wirkt auch hochwertig, kommt nur mit 6,35 Minuten der Klinke her, ist auch richtig so, denn mit 3,5, also an einem Gerät, damit werdet ihr sie wahrscheinlich sowieso nicht nutzen. Und hier ist das absolute Highlight, selbst der Kopfhörer. Und ja, ich kann es direkt mal erwähnen, mit 580 Gramm, wenn ich mich nicht täusche, oder 550 sind es, glaube ich, nicht der leichteste. Aber glaubt mir, nicht einen einzigen Moment hat mich das Gewicht auch nur ansatzweise gestört, denn der ganze Rest passt ja einfach inklusive dem Komfort. Und ich glaube sogar, das Gewicht hat etwas mit dem absolut unbeschreiblich guten Komfort zu tun. Von der Verarbeitung selbst und vom luxuriösen Feeling kommen Sie jetzt nicht zum Beispiel an die LCD-X ran, die ich schon getestet habe. Aber dafür im Komfort schlagen Sie diese nochmal deutlich, aber hier wirkt auch nichts irgendwie billig verarbeitet oder so. Also wir haben hier schön Metall, nichts ist scharf, das Original eben Echtleder, super verarbeitet, auch perforiert, erlaubt Atmung. Also wir haben zwar keine Rotation, aber genug Bewegung und alles andere sieht wirklich schön aus. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, dass dieses Kopfbandsystem sehr, sehr grob ist, muss ich sagen, es passt perfekt eben auch in Verbindung mit diesem gefederten Band. Denn ich habe schon Kopfhörer gehabt, die hatten locker doppelt, wenn nicht dreifach so viele Abstufungen und haben immer noch nicht so perfekt gepasst wie diese. Also ihr seht hier, ihr seht hier, ich habe hier auf zwei Rillen eingestellt und das passt perfekt. Und das bringt mich eigentlich schon wahrscheinlich zu dem nächsten Grund, der den Komfort so wahnsinnig gut macht. Das wären die Ohrpads. Denn die sind nicht nur super dick, die sind nicht nur eben schön mit dem Leder, absolut hochwertig. Denn, wie ihr schon sehen könnt, Memory Foam, schön langsam. Aber es ist gerade eben auch der Ausschnitt, der genial ist, absolut groß genug. Also mein Ohr lag nirgends, auch nur ansatzweise an, was für mich sehr sehr wichtig ist. Also hinten mehr als dick genug und vorne, das reicht auch noch mehr als ausreichend, ist es einfach das absolut geniale Feeling. Und wenn ich mir diese jetzt aufsetze und das jedes Mal, und ich habe sie jetzt eben knapp drei Wochen, und in den mindestens mal 100 Mal, als ich sie aufsetzte, hatte ich jedes Mal genau dasselbe Erlebnis. Gerade wenn es ein wenig kühler im Raum war und das Leder ein wenig kalt ist. Jedes Mal dieses Befriedigen, dieses absolut geniale Gefühl. Denn die sitzen sowas von perfekt. Das Leder schmiegt sich genau wie es muss um euer Ohr herum. Macht einem auch eine recht gute, eine super gute Versiegelung. Und natürlich, da sie offen jetzt sind, habt ihr jetzt keine wirklich große Isolierung. Nach vorne und hinten zwar doch, da eben doch relativ viel Stoff dazwischen ist. Aber unbeschreiblich. Okay, ja, sie sind schwer. Aber das stört mich nicht im Geringsten. Ich habe schon deutlich leichtere Kopfhörer gehabt und da gefiel mir der Komfort bei weit nicht so gut. Und gerade wenn es um den Anpressdruck geht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Anpressdruck nennen kann. Mir kommt es eher so vor, als ob einfach das Gewicht selbst des Kopfhörers diesen Druck verursacht. Und aufgrund dessen, dass ihr auch hier kein gepolstertes Lederband habt und das gefederte Kopfband, passt die Sache einfach ideal. Also es sitzt direkt an, aber ihr spürt das nie. Ihr spürt auch nie irgendwas drumherum. Denn wenn ihr sie einmal aufsetzt und egal wie ihr das macht, die passen sich an, sitzen drauf und dann perfekt. Also normalerweise ist es bei mir auch oft so, ich bin sehr nervös, wenn ich Kopfhörer auf habe. Wenn es jetzt deutlich leichtere sind, gerade wenn sie jetzt zu viel oder zu wenig Anpressdruck haben, wenn das nicht optimal abgestimmt ist, bin ich jemand, der sehr, sehr oft nachkorrigieren muss. Diese setze ich mir auf, kann ich stundenlang aufhaben, ohne dass es mich auch nur ansatzweise stört. Denn alles, dieser Druck und ich glaube jetzt auch gerade, wenn sie leichter wären, dann würde dieses Druckgefühl, also ich meine das nicht Druck als unangenehm, aber Druck im Sinne von perfekt anliegend, würde dann einfach nicht mehr passen. Denn ich habe zum Beispiel auch die IFA C-Flow hier und ich habe auch die Sennheiser und so weiter, wo ja andere natürlich berechtigt sagen, die gefallen mir besser. Aber bei denen ist es zum Beispiel der Fall, gerade die deutlich leichteren IFA C-Flow auch mit dem Bandsystem erlauben für so viel Spiel, dass sie sich teilweise immer leicht mitbewegen. Diese hier geben den Ton an, ihr setzt sie auf und dann sagen sie euch, jetzt setzt es richtig und ich ändere mich nicht und das passt dann genau. Und das ist auch absolut der Fall und es ist nicht nur der Komfort, der sie mich so hypen lässt, es ist mit einer der Hauptgründe, eben aber auch inklusive mit dem ganzen Rest. Allerdings jetzt nochmal kurz zur Isolation, wie schon gesagt, nicht allzu groß, ist ja auch offen, ist zu erwarten und auch die Geräuschentwicklung nach außen ist relativ groß. Ich höre den Kopfhörer unten bei der Lautstärke, die ich höre, auch noch ein Stockwerk tiefer, wenn die Türen natürlich offen sind, aber naja, bei dem Kopfhörer sollte er vielleicht nicht stören. Allerdings jetzt zum Antreiben, das muss ich sogar ein wenig weiter ausweiten, denn die Paarung mit dem richtigen Kopfhörerverstärker ist hier meiner Meinung nach, gerade aus meiner jetzigen Erfahrung, doch sehr, sehr wichtig. Also jetzt geht es hier nicht allein um die Power, denn er ist jetzt nicht der Effizienteste. Ich muss sagen, er ist sehr, sehr nah vergleichbar mit einem, den ich zur gleichen Zeit hatte, mit einem Biodynamic Everone Home. Etwas sogar anspruchsvoller wie ein Sennheiser HD600, 650, deutlich mehr wie ein 660S, also ungefähr Biodynamic Liga, ein bisschen weniger als die I4C Flow. Also die Power braucht ihr schon, also gerade zum Beispiel mein Cambridge Audio Dac Magic Plus, da bin ich schon, ich höre allerdings weitaus zu laut, weiß ich, bei knapp 80%, bei Spielen sogar schon bei 90%. Also da habe ich nicht mehr wirklich viel Reserven. Und dann zum Beispiel hatte ich auch noch meinen Magni, also meinen Magni 2 von Shit, der praktisch problemlos von der Leistung. Aber was mir jetzt eben doch noch deutlich wichtiger ist, ist eben das Pairing, denn die Kopfhörer selbst haben eine doch relativ dunkle, stark dunkle Soundabstimmung. Und je nachdem, ob ihr das mögt, kann das eben nicht ganz zu dem Amp passen, denn ich persönlich mag es nicht wirklich allzu dunkel. Also mir ist es eigentlich ein wenig heller lieber. Und gerade dann zum Beispiel mit einem iFi, den ich auch zum Testen hatte, von iFi zum Beispiel jetzt auch der i1, den ich eben in Verbindung mit dem Magni hatte, der ein Deck ist, der sonst relativ, würde ich sagen mal, warm, relativ voll, klein auch klingt, aber mit eben leicht abgefilterten Höhen. Da wirkte mir das Ganze dann einfach ein wenig zu fade, zu dumpf, wobei das nicht am Kopfhörer liegt, sondern einfach am Ganzen. Das hat mir nicht ganz so gefahren. Und das war auch so dieses kleine Loch, das ich beschrieben habe, denn mein Feeling fing an nach den ersten 3-4 Tagen, wow, was für ein Hammerklang. Dann bemerkte ich allerdings eben, gerade nachdem ich zum Beispiel auch die HD-660s hier hatte, die Amiron Home und auch noch, ich glaube es, ja, meine Monolith, Monoprice M1060, wobei ich das immer verdrehe, Monoprice, Monolith M1060. Da habe ich gemerkt, dass alle anderen einfach im direkten Vergleich deutlich offener, deutlich luftiger klingen. Aber, jetzt kommt eben dieser komplette Wendepunkt. Als ich meinen Audio-God oder Audio-GD NFB 1128 bekommen habe, der von sich selbst aus deutlich heller, offener klingt, einfach ein wenig auch eine leicht offenere Bühne hat, dann hat er aus diesem Kopfhörer genau das gemacht, wonach ich suche. Das war eigentlich die perfekte Ergänzung zu diesem Kopfhörer. Also mögt es dunkler, könnt ihr ihn eigentlich nahezu mit egal was paaren. Mögt es jetzt sehr, sehr hell, dann ist der Kopfhörer vielleicht nicht genau das Richtige, aber mögt ihr es halbwegs, ein wenig bleibt es trotzdem noch auf der dunkleren Seite, obwohl jetzt der Audio-God es deutlich aufgehellt hat, bleibt es so. Aber ich muss sagen, das hat für mich genau diesen Ausschlag gemacht, wo ich wieder sagen muss, wow, der Sound ist absoluter Wahnsinn. Und zu dem möchte ich jetzt eigentlich auch schon direkt kommen in Form vom Bass, denn planarmagnetischen Bass mag ich sowieso. Der hat einfach diese Frequency-Response, diese Schnellansprechbarkeit und der Bass spielt relativ weit runter, wobei jetzt nicht so extrem vielleicht wie ein E4C Flow, aber sehr, sehr gut. Und das auf einem sehr, sehr straffen, sehr, sehr schnell ansprechenden Niveau. Er ist leicht warm, aber sehr, sehr angenehm und er wirkt auch so sehr, sehr natürlich und neutral. Denn zum Beispiel die E4C Flow für mich wirken irgendwie aus eigenem Grund, ich brauche allerdings noch ein paar Tage, ich habe die Erstzeiten, ich glaube drei, vier Tage, wirken für mich so ein wenig unnatürlich im Bassbereich. Hier wirkt er natürlich ein ganz klein wenig ungehoben, aber wirklich noch ein ganz klein wenig und der Bass wirkt jetzt zu keinem Zeitpunkt so, als ob er der Hauptcharakter sein will im Musikstück. Er passt sich super an, er passt perfekt, aber er ist eben immer da, wenn er gefordert wird und das eben genau in dem Maße, dass meiner Meinung nach diese Balance, diese Harmonie dieses Kopfhörers erreicht. Und ich habe das wahrscheinlich auch im Titel so vor, ich möchte den Titel nennen, wie ich auch gerne den oder zumindest meine Favoriten-Lautsprecher gerne irgendwie mit einem Spitznamen betitle. Dieser hier wäre dann ein warmer Kuss voller Dunkelheit, denn der Sound ist insgesamt leicht weit gerade im unteren Bereich abgestimmt, aber dann eben mit dieser Dunkelheit, je nachdem ob ihr den mögt. Allerdings bei den Mitten muss ich wiederum sagen, die machen einen absolut super Job, gerade aufgrund dessen, dass gerade der Stimmlagenbereich diese Frequenzen leicht angehoben sind und dadurch stimmen. Minimal vordergründig stehen, aber jetzt nicht zu sehr, allerdings gerade so wie ich es mag, also noch ein bisschen mehr, würde ich glaube noch persönlich vorziehen, wobei ich will nichts daran ändern, weil es so wie es ist einfach nahezu perfekt ist. Und ich sage das Wort perfekt wirklich nicht allzu oft, allzu gerne, da es einfach für mich perfekt nicht gibt, aber das kommt schon sehr, sehr nah ran. Leicht mitten betont und das eben für die Stimmen. Passt perfekt. Jetzt habe ich es perfekt schon wieder gesagt. Aber die Höhen machen einen Job, den ich auf diese Art so balanciert und harmonisch noch nicht gesehen habe, aufgrund einer Sache. Sie gehen sehr weit hoch, sie wirken noch relativ luftig, wenn auch wie schon gesagt leicht dunkel, aber sie bleiben von dieser Grenze, wo es schrill wird, doch ein Stückchen weg, wo ich eigentlich sage, von mir aus noch ein leichtes Stückchen drüber, da bleiben sie weg. Aber es sind gerade eben, so werden wir es im Englischen gerne nennen, diese Sibilance, also diese Zischlaute, diese Grähenlaute, wenn jetzt stimmen eben diese Tss, 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 das habt ihr hier nicht. Zum Beispiel bei einem DT1990 Pro von Bydynamic, teilweise auch bei dem Amazon Home, manchmal auch in ganz klein wenig bei bestimmten Liedern, bei den M1060 zu hören, Das ist etwas, was man bei einigen Liedern doch störend empfinden kann. Bei diesen nicht festzustellen. Das wird aus irgendeinem Grund so perfekt abgefiltert, ohne irgendwas an Details vermissen zu lassen. Und dadurch ist diese Balance eben mit leicht, aber eben ganz leicht angehöhten, also erhöhten, aber eben sehr neutralen und wirklich natürlichen Bessen super da. Ja, nichts wirkt irgendwie zu dick in irgendeinem Mittenbassbereich oder so weiter. Die Mitten selbst passen super eben mit diesem leicht angehöhten. Und das ergibt eben alles eine so harmonische, allgemeine Situation, wo ich auch noch sagen muss, zur Soundstage, die ist jetzt nicht extrem weit. Also ich würde sagen, ein gutes Stückchen kleiner als bei den M1060, bei denen ich sie allerdings schon als zu groß empfinde, wirken sie allerdings immer noch aufgrund dessen, da sie zwar dunkler sind, relativ luftig und offen und gerade eben durch den Audio-Guard, Kopfhörerverstärker, wird die Sache eben noch ein wenig geöffnet. Und dann sitzt die Sache eigentlich regelrecht nahezu. Perfekt. Aber dann beim Spielen muss ich sagen, dort wirkt mir der Klang, also gerade bei Counter-Strike Go im Vergleich, doch ein wenig zu dunkel. Also da haben mir andere ein wenig mehr gefallen. Da wirkt es einfach so, als ob ein leichtes Tuch über dem Klang liegt. Allein von der Ortbarkeit und der Lokalisierung machen sie wirklich einen guten Job. Persönlich finde ich immer noch etwas wie die beiden MX-300 sind nahezu ungeschlagen. Auch wenn geschlossen, machen die irgendetwas, gerade bei der Ortbarkeit und durch das Raumgefühl irgendwie nochmal anders. Aber für Musik, für das, was sie eigentlich hauptsächlich gedacht sind, machen sie einen hervorragenden Job, die Soundstage passt. Und ich möchte eigentlich zum nächsten Punkt kommen, ja genau, über diesen wurde ich öfter mal gefragt. Und zwar diese, diese, diese. Oder eben die Mr. Speakers Eon Flow. Ich sage jetzt aber ab und zu mal lieber Eon Flow. Das gefällt mir irgendwie von der Aussprachweise ein bisschen besser. Und da muss ich sagen, für mich, selbst wenn beide identisch klingen würden, einfach aufgrund des Komforts hier. Und ja, ich muss erwähnen, aufgrund dessen, dass es Leder ist und auch eben doch relativ viel Leder. Eure Ohren, eure Ohren wären doch schon ein wenig warm. Sie fangen jetzt nicht wirklich unangenehm an zu schwitzen, da hier eben doch ein wenig Luft durchkommt. Aber im Sommer oder gerade hier, wo ich es mir ein bisschen zu stark eingeheizt habe, war es warm. Und der einzige Zeitpunkt, zu dem es ein wenig unangenehm wirkte, auch ein bisschen beklemmend, war der Zeitpunkt, an dem ich dann ein wenig Kopfschmerzen hatte. Und ja, was der Kopfhörer eigentlich an sich mitbringt, ist immer das, was ich so gerne nenne, als ob hier irgendwo versteckt Spitzen drin wären, also Nadeln. Und das natürlich nicht wörtlich, sondern eben als metaphorisch. Denn sobald ihr ihn aufsetzt, fühlt ihr euch immer so leicht schläfrig, aber in einem guten Sinn. Denn das, was bei der Musik hier so top ist, ist dieses perfekt, wie soll ich das nennen, balancierte, denn ich habe das im Englischen, glaube ich, so beschrieben, dass ihr könnt alles damit hören. Also von Klassik bis über Rock, aber genauso gut können sie auch eben Dubstep, denn der Bass, wenn gefordert, ist absolut da. Sie können dort mehr als überzeugen. Und das ist ja das Geniale an denen, ihr könnt alle Musikrichtungen spielen. Und ich habe schon zum Beispiel gesagt, ich weiß nicht, welche Musikrichtung sie nicht könnten. Und dann habe ich aber zum Beispiel dieses komische Beispiel gebracht, dass ihr normalerweise kennt ja die Folterungsmethode, wenn ihr ganz, ganz laute, schrille Musik gespielt bekommt und eben mit vielen Lichteffekten als das, was als Folter eben fungieren soll. Setzt ihr mir diese auf, machen die aus der schlimmsten, grellsten, unnatürlichsten Musik immer noch einen Genuss. Und ich würde dann da sitzen und würde mir denken, tja, wenn das Folter sein soll, okay, gerade eben, wenn ich diese Kopfhörer dann dafür aufbehalten könnte, das wäre egal, was ihr damit macht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Art Musik gibt, die nicht nur gut hiermit klingt, sondern einfach super klingen muss. Und natürlich, schlecht abgemixte Musik, schlechte Musik klingt nicht gut. Aber auch die hat noch irgendetwas, ohne aber unnatürlich zu wirken, das einfach super passt. Und nochmal kurz zu den Eon Flow zu kommen, die ich ja schon fast wieder vergessen habe. Sie klingen von der Grundsignatur eigentlich relativ ähnlich, denn auch diese, leicht erhöhter Bass, wenn auch eben nicht vielleicht ganz so diesen eigenen Charakter, diesen Charme. Denn was die Eon Flow haben, wobei ich jetzt sagen muss, ich kann sie nicht direkt vergleichen, denn ich habe diese eben mit dem Audio-Guard genutzt, wo sie perfekt abgestimmt passen. Aber ich habe das auch schon in meinem Vergleichstest gesagt, mit eben den ganzen anderen Kopfhörern, die ich sonst noch hatte, dass ich das nicht direkt miteinander vergleichen kann. Da ich die Eon Flow noch damals mit meinem Focusrite 66 getestet habe, aber ich glaube auch vielleicht mit dem iFi Audio Black Label, aber eben nicht mit dem Cambridge Audio, der schon einen besseren Job machte. Und erst recht nicht mit dem Audio-Guard. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Potenzial drin wäre. Ich denke mal, mir würden die Eon Flow dann noch einen Tacken besser gefallen, aber da sie im Allgemeinen relativ ähnlich klangen, auch mit diesen leicht abgemilderten Höhen, glaube ich trotzdem noch, dass diese mir einfach aufgrund einer Sache schon mal besser gefallen. Selbst wenn beide klitzegleich klingen würden, würde ich diese vorstellen einfach aufgrund des Komforts. Denn die Eon Flow sind deutlich leichter, haben auch ein gutes Bandsystem, auch ein schöner Polster. Aber sie haben nicht dieses, ich setze sie mir auf und dann passt das einfach Gefühl. Denn ich habe das einfach gerade wieder bei den iFi Flow gemerkt, gerade dadurch, dass sie so leicht sind und die Eon Flow sind deutlich leichter als die LCD 2C. Wenn ich meinen Kiefer bewege oder wenn ich mich hin und her bewege, bewegen die sich immer leicht mit. Aber bei den LCD 2 ist es so, ihr setzt sie auf, dann bestimmen sie nach ein, zwei Sekunden, so, das sitzt richtig und das war es dann auch. Dann bleibt es auch so und sie haben immer recht, glaubt mir das. Und deswegen, die Eon Flow klingt immer noch super, wenn ihr was leichteres wollt und ihr wollt in etwa den Klang der LCD 2C, denke ich mal, das ist die nächstbeste Alternative. Und jetzt möchte ich kurz nochmal ausatmen zu der einen Sache, wenn es um die Upgrade-Möglichkeiten geht. Denn ich glaube, ich habe hier eigentlich so vorerst mal mein, ich will noch nicht Endgame sagen, aber mein Endgame erreicht aus dem Grund, dass ich denke, früher oder später, eher diesmal, in diesem Fall später, werde ich irgendwann mal bei den Stax L700 landen. Wobei auch das könnte sich ändern, denn auch vor eben einer kurzen Weile dachte ich noch, dass genau das die Efer C-Flow oder eher die Efer Flow Open sein könnten, weil sie mir auf die Canjam sowas von imponiert haben. Denn dort, allerdings auch an einem 4000 Euro Kopfhörerverstärker mit eben auch einem bestimmten Track, der einfach sehr gut mit ihnen funktionierte, klangen sie atemberaubend. Jetzt, wo ich sie analysiert habe, mit meiner Musik wirken sie mir persönlich ein wenig unnatürlich und ich muss noch sehen, über die nächsten Tage, was ich so wirklich davon ihnen halte. Aber ich sehe eben, was eben bei den Stax zum Beispiel machbar ist, ich sehe, was im 2000 Euro Bereich machbar ist und ich sehe eben, was hier zugegebenermaßen im 900 Euro Bereich, da sind andere Länder doch ein bisschen günstiger hier, aber im 900 Euro Bereich was möglich ist. Und natürlich würdet ihr jetzt eventuell, einige von euch sagen, 900 Euro, das ist wahnsinnig viel Geld, das gebe ich doch nicht von den Kopfhörern aus, aber ich sehe das einfach aufgrund der vielen Kommentare, die ich bekomme und sehr, sehr viele meiner Zuschauer, die eben auch sehr groß Interesse an Audio haben, die sagen mir zum Beispiel immer wieder, welche Kopfhörer sie haben. Und ich sehe dann relativ oft drei, vier, fünf, teilweise sechs Kopfhörer im 300 bis 500 Euro Bereich. Und ich denke mir dann einfach persönlich, bevor ich mir jetzt drei Kopfhörer für 300 Euro kaufe, auch wenn diese zwei jetzt vielleicht spezifisch eigene Vor- und Nachteile haben, würde ich einmal 900 investieren und dann hat sich die Sache erledigt. Denn natürlich gibt es Kopfhörernutzer, die sagen, für die bestimmte Stimmung will ich jetzt diese Art Klang, dann für den und den in meiner Gefühlslage will ich dann diesen Klang. Das habt ihr mit einem Kopfhörer natürlich nicht. Aber wenn ein Kopfhörer eben euch permanent das bietet, was ihr eigentlich wollt, abgefiltert im Vergleich eben als Durchschnitt im Vergleich zum anderen, dann würde ich sagen, ist das die bessere Entscheidung. Denn ich bin jemand, der, wenn er etwas findet, was ihn nahezu kompromisslos glücklich macht, dann bleibe ich bei einer Sache. Ich bin nicht einer, der permanent zwischen verschiedenen Kopfhörern hin und her wechselt. Und wenn ich mir die zulegen würde, würde ich einfach nicht mehr hin und her switchen, was ich sonst noch nicht wirklich mache. Deswegen, ich suche eher nach einer von mir aus etwas teureren Investition, bei der es dann bleibt. Und wie schon gesagt, dieses Feeling, dieses, das habe ich einfach bei keinem anderen Kopfhörer erlebt. Und ich weiß, viele Leute haben sogar gesagt in ihren Tests, dass die LCD 2C die bis dato komfortabelsten Odyssey-Kopfhörer sind. Ich gehe allerdings jetzt noch mindestens eine Stufe weiter und sage, es sind die bequemsten Kopfhörer, die ich jemals testen konnte. Aufgesetzt kann ich nicht ganz so genau beurteilen, denn ich habe auf der Kernschirm einige auch relativ bequeme gehabt, aber das war eben nur ein Kurzeindruck. Aber zumindest das, was ich hier schon hatte, zu Hause im Test, auch aufgrund des Gewichts oder vielleicht gerade aufgrund des Gewichts und der perfekten für mich Passform. Also hier, die sind nicht zu hoch, die sind nicht zu tief, genau abgestimmt. Das Federband merke ich nicht. Und sie haben dieses perfekte Auf-den-Kopf-Gefühl, passt ideal. Ich kann da einfach nichts hinzufügen. Und das eben aufgrund noch eben inklusive des Klangs, der mich nahezu restlos glücklich stellt, wüsste ich nicht, was ich nehmen soll. Natürlich, Leute, die es vielleicht eben nicht so dunkel mögen, also falls ihr mit einem dunklen Klang absolut nicht klarkommt und jetzt kein Kopfhörer-Verstärker habt, der das so ein bisschen ausgleichen kann, dann gibt es Alternativen. Natürlich zu erwähnen wäre zum Beispiel, aber ich habe dafür ja den Vergleich gemacht. Ich muss einfach sagen, mich hat auch vor kurzem einer gefragt, als ich im Test sagte, dass mir meine M1060 von der Signatur besser gefallen und er meinte, findest du die M1060 besser als die LCD2? Und ich sagte, nein, nein, nur die Signatur als Ganzes gefällt mir eigentlich besser, denn die M1060 wirken offener, wenig leichter und eben noch ein Stückchen neutraler, wobei mir das leicht war, mich ja eigentlich gefällt, aber sie haben bei weitem nicht die Qualitäten, sie haben bei weitem nicht den Komfort und dieses Balance, dieses Hochwertige. Eines LCD2C. Also, das heißt natürlich nicht, ich werde meine M1060 verkaufen, denn für das, was sie machen, für das Geld, was sie eigentlich auch was bieten, würde ich sagen, eigentlich nahezu ungeschlagen und ich ziehe sie eigentlich den meisten Sennheisern vor, wobei ich sagen muss, gerade von der Sound-Signatur, rein von der, muss ich sagen, machen die Sennheiser HD660 einen fantastischen Job, denn die sind von der Balance so gut, sie sind jetzt nicht mehr vielleicht ganz so das Neutrale, etwas, was die 600 und 650er früher waren, aber sie bieten noch mehr mehr Details, leider nicht ganz annähernd mal den Komfort, den 600 und 56 und nicht mal in der gleichen Sphäre oder Hemis oder was auch immer der LCD2, aber ich fand sie nicht so bequem, aber von der Sound-Signatur fand ich sie so gut und könnte ich sowas hier drin bekommen, wäre das vielleicht das Perfekte, wobei ich kann es nicht so sagen, denn wie ich die ja auch immer gerne genannt habe, gerade bei den LCDX war das Tranquilizer oder das Schlafmittel, denn jedes Mal, wenn ich sie mir aufsetze, eben aufgrund dessen, dass die Musik so beruhigend ist, haben sie etwas so Relaxes, also ich könnte jederzeit, wenn ich mal von einem gestressten Arbeitstag nach Hause komme, mir diese aufsetzen und egal was für Musik spielen, selbst wenn es der stressigste Metalcore, Death Metal oder was auch immer wäre, ich wäre beruhigt, denn gerade dadurch, dass eben diese Zischlaute, diese Sibilance absolut nicht vorhanden sind, wirkt alles immer so smooth, so perfekt poliert, dass egal was ihr damit hört, ihr einen Genuss haben werdet und deswegen früher oder später und ich hoffe früher als später werden diese bei mir zu Hause sein. Ich sehe absolut nichts, was dagegen spricht, denn ich habe jetzt wirklich weit über eine Woche nur überlegt, ob ich mir diese zugreifen soll und deswegen auch mal eine Überlegung, ich glaube, ich verkaufe 4, 5, 6 oder jedem nachdem, wie viele Kopfhörer ich muss, um mir diese zu kaufen, denn ich rede jetzt nicht von den Senderhäuser, die verkaufe ich einfach nicht, die brauche ich für Referenzzwecke, auch zum Beispiel die Bayern MX300 verkaufe ich nicht, wo ich vielleicht mehr Geld bekommen würde für die meisten, aber ich verkaufe dann lieber 5, 6, 100 bis 200 Euro Kopfhörer, damit ich mir diese leisten kann, denn diese werde ich mit Sicherheit nicht mehr nutzen, wenn ich sowas wie das hier habe und deswegen verkauft alles, was ihr habt, um euch die zu kaufen und glaubt ihr, werdet es nicht bereuen. Natürlich müsst ihr noch in Betracht ziehen, dass ihr eben einen halbwegs vernünftigen, passenden Kopfhörerverstärker braucht, aber auch den werdet ihr relativ leicht finden, in meinem Falle der Audio-Guard perfekt, also genau das ist der Kompromisspunkt, aber ich möchte das Video nicht noch länger ziehen, was ich eigentlich jetzt machen möchte, im Englischen habe ich noch gesagt, ich drehe den deutschen Take und dann war es das, dann höre ich weiter Musik, bis ich in diesen hier einschlafe, da ich den deutschen Take jetzt aber fertig habe, kann ich aufhören und kann wieder die Kabel dran stecken und wieder weiter Musik hören. Von daher nochmal einen Megadank und ich hoffe, ich sage es jetzt richtig Higoto und nicht, dass das Audio Next war für das Test-Sample, denn was kann man sich als YouTuber mehr wünschen, als eben die Chance zu bekommen, sowas zu hören und das dann eben mal zu Hause zu haben. Ich sage noch, das war es, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.